Hallo Leute, in diesem Video wollen wir gemeinsam das zehnte Adventskadender Türchen öffnen. Mal sehen, was wir dran haben. Wir haben eine ganz einfache Wehenvolumen-Zuckerstange zum Aufhängen für den Weihnachtsbaum. Dafür benötigen wir weiße und rote Gummibänder und natürlich noch einen Haken. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das dann fertigen könnt. Als erstes nehmt ihr ein weißes Gummiband und spannt es zu einer Acht. Dann nehmt ihr wieder zwei weiße und zieht diese zwei weiße und zieht auf den zwei weißen dieses zweimal im schlagene Gummiband drauf. Das wir auf den Fingern haben, geben wir wieder zurück auf den Haken. Nehmen wir zwei rote, geben sie auf den Haken und ziehen auf den beiden roten diese Gummibänder drauf. Dass wir auf den Finger haben, geben wir wieder auf den Haken. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Zwei Gummibänder nehmen und heraufziehen. Und das macht ihr nun so oft, bis ihr die gewünschte Länge eurer Zuckerstange erreicht habt. Ich mache das jetzt noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehnmal. Ihr könnt das auch jetzt noch zehnmal machen. Wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. So sieht das dann aus, wenn ihr es fertig gemacht habt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr es abschließen könnt. Nehmt nochmal ein weißes Gummiband, aber nur eins und zieht die fertig gemachte Zuckerstange auf das weiße Gummiband drauf. Dann geben wir das, was wir auf den Finger haben, zurück auf den Haken. Jetzt ist es gerade weggerutscht. Wartet. Ich mache es gleich nochmal. Gut, und dann geben wir das hinterste Gummiband über den Haken drüber und machen somit einen Knoten. Und ziehen den sehr, sehr fest, dass keine Gefahr entsteht, dass das wieder aufgeht. Dann biegen wir ein Stück unserer Zuckerstange um und formen sie, wie wir sie haben wollen. Und fertig ist eure Veenvolumen Zuckerstange. Die könnt ihr jetzt sogar an den Weihnachtsbaum hängen. Ich habe euch in einem anderen Adventskadender Video schon gezeigt, wie ihr eine etwas größere Zuckerstange machen könnt. Viel Spaß damit.